Musik Auf der Bau 2019 gibt es allein für Handwerker auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern alles, was das Herz begehrt. Gestern habe ich ja schon verschiedene Tools ausprobiert und heute schaue ich mal nach einem coolen Typen, mit dem ich mich messen kann. Musik Genau dich habe ich gesucht. Komm mal mit. Challenge, mein Lieber. Ich habe gesehen, du bist im Nationalteam der Stuckateure. Was machst du da genau? Wir bauen eine Trockenbaukonstruktion auf, verschönern die mit Putzen und Stuck-Elementen und treten dann gegeneinander an. Und gegeneinander antreten ist das Stichwort. Ich habe dich ausgesucht für die Challenge. Hattest du überhaupt schon mal einen Akkuschrauber in der Hand? So ein Profi bin ich jetzt nicht. Mal schauen, wie ich mich schlage. Soll ich mir das vorher noch mal erklären lassen vielleicht? Ja, wahrscheinlich am besten, ja. Guter Plan. Das machen wir. Musik Das machen wir. Musik Grüß dich, Silvia. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Nachdem die Unterlegscheibe in die Schraube eingefädelt wurde, kann man jetzt schon mal vorgreifen. Das Torx-System greift jetzt schon mittig zielen und in einem Zug durchschrauben. Viel Glück. Danke, Adios Mann. Julian, bist du nervös? Richtig. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Auf die Schrauber. Fertig. Los. Musik Sehr gut gemacht. Dein Andenken. Dankeschön. Wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Mal wieder. Aber eigentlich hast du ja gewonnen, muss man fairerweise sagen. Und so richtig cool habe ich die Löcher auch nicht getroffen. Danke, alles gut. Julian, in zwei Jahren kann ich das fester. Sehr gerne. Sehen wir uns? Wir sehen uns. Servus, alles Gute und wir sehen uns auch in zwei Jahren. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank.